Herzliches Grüß Gott heute bei uns in der Schreinerei Schuster in Sulzimoos. Wir sind hier im Gewerbegebiet in Sulzimoos, haben hier eine Produktion und produzieren überwiegend Schlafraummöbel, einen ganz großen Teil aus Zirbenholz, das ist unsere Spezialität. Wir haben hier auch eine Ausstellung mit circa 450 Quadratmetern, eine der größten Zirbenbetten aus Stellung in Bayerns. Hier kann man diese Zirbenbetten, die wir produzieren, auch vor Ort anschauen. Wir vertreiben auch Naturbett-Systeme. Zum Probeliegen jederzeit für Sie stehen die bereit und jetzt gehen wir mal kurz in die Werkstatt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.